Hallo und willkommen zu einem neuen Video von diesem Projekt mit Philipp. Ja, hi. Immer schön nicht hi sagen. Genau, ist immer lieb. Ganz lieber. Und ich kann auch sagen, ganz lieber Philipp, ja ganz lieber Philipp. Äh, warte mal, ich geh mal jetzt schnell die Kohle abbauen. Wo ist denn die? Äh, die ist, wenn du hinter der Kirche weiter gehst. Äh, da wo du bist. Was? Nee, nee, du musst. Da, pass auf, ich lauf schnell hin. Warte, ich geh grad zur Kirche. Ja, lauf einfach da, wo du meinen Namen siehst. Lauf da hin. Hier unten. Äh, auch da. Ja, hier drüben. Ja, ist das da ein Dick, hä? Weil die will jetzt schon hier noch einen haben. Ja, und da hat's dort hinten noch Zuckerrohr und hier hat's Kohle und dort drüben am Hang hat's Kohle. Warte, ich komm. Das ist der Weg, wo zu den oberen Häusern hier führt. Ah. Wo ich mir wahrscheinlich eins hinbauen werd. Alleine? Ja. Ich zieh zu dir ein. Oder ich komm neben dich. Ja, das ist jetzt bloß rübergehend. Was, dass wir zusammen das große Haus haben? Nee, das wir, ja, genau. Ach, da mein Schatz Kohle, ja. Oh Gott. Da hat's gar ne Insel. Der Villager wird jetzt ja bald versaufen. Ich versaufe auch gleich. Das wird aber geil. Da müssen wir jeden Tag ins Dorf runter, wenn wir was holen wollen. Ja, das ist nämlich so gut. Der Realismus beginnt. Wo ist jetzt die Kohle hin? Das ist scheiße, der steht genau da, wo noch kein Wasser ist. Wo kann jetzt die Kohle? Ach, da! Das sieht man gar nicht. So der letzte Eimer Wasser für mein Wasser-Buckstau-Becken oder wie du es nennen willst. Hallo, Willi, bist auch da? Ja, alles anlesend. Hau bloß ab! Es hat nur noch ne? Die Kohle gehört mir. Alles was ich euch holt gehört an mir. Ich gehöre mir alles im Haus. Bitte auf das bisschen Teppich von ich. Ein Teppich! Das darfst du nicht vergessen. Ein Teppich meckert alles andere. Ein Teppich ist von mir. Nur mal um das klar zu stellen. Wir könnten auch diese Folge schon ein Ding bauen. Was? Ein Haus? Ich baue jetzt meins. Ich brauche nur noch eine Hacke und dazu muss ich wieder ins Dorf. Aber den einen Teppich kannst du mir doch schenken, oder? Den schenke ich dir, wenn du mir... Was? 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 Tja, mein Teppich! Aber echt so. Das wollte ich gerade wirklich sagen. Gebe ich dir aber nicht. Ich bin zufrieden, wenn du mir ein bisschen Kohle gibst. Ja, weißt du wo noch eh gegenüber dann. Weißt du gegenüber? Du warst... Also das hier ist mein Bauplatz. Das hier wo ich gerade stehe. Das ist mein Bauplatz. Und du kannst... Ich baue dort. Da wo der Baum steht. Da baust du hin? Ja. Ah, okay. Ach, da ist ein Kuhstau aus. Ja, der ist gleich. Da musst du immer runter. Ja, da muss ich jeden Tag zum Kuhstau runter und Milch holen. Aber dann kann ich dir auch mal einen Eimer Milch mitbringen. Sofern ich mal einen zweiten Eimer kriege. Die lassen einfach die Kartoffeln da liegen. Ach, so welche Schweine. Hä, die Villager, wenn die handeln untereinander, dann musst du zwischen dir reinstehen. Dann geben sie dir auch ab. Wirklich? Mhm. Oder dann sammelst du es illegal von denen weg. Klaust du es nicht. Es gibt eine Mods für den Computer, da kannst du deine Sachen klauen. Da haben sie zum Beispiel Diamanten oder so dabei. Da kannst du dich einfach entziehen. Den Mod will ich haben. Das gibt's aber aus dem PC. Trotzdem müssen wir haben. Und hier gibst du mir nicht 15. So halt. Ich könnte ihn dir auch abkaufen. Mhm. Pfff. Ah, pass mal auf. Hier baue ich mir gleich mal einen Keller runter. Für ein Geld. Für ein Geld, ja. Guck mal hier. Ich baue mich einen Keller drunter. Ich bin schon schlau, weil hier unten ein Überhang ist vom Haus. Ich abhau und ein Geld. Boah, bei England ist so scheiße. England ist generell scheiße. Scheiße. Guck mal hier. Gut, so groß reicht mir mein Keller. Also ich komm jetzt mal hoch, gell? Ah. Ach gut. Hui. Ah. Es ging drauf. Geil. Wie kommst du denn da am besten noch hoch? Guck mal, was von der anderen Seite. Ach, über den Weg? Ja, über so einen kleinen Weg, den ich selber gebaut habe. Hä? Ach der? Na doch, da ist so ein kleiner Weg, den kommst du super hoch. Echt denn? Guck mal, guck mal. Ich hab meinen Keller schon beleuchtet. Sag mir, wo? Hier. Ich komm schnell, Kevin. Aber das holz ist. Ah nein, nein, nein. Lauf einfach meinem Namen her, Kevin. Ich komm da aber nicht hoch. Oder wieder an der Kirche. Bis wieder zur Kirche. Zu der Kirche. Ach hier. Nein, nicht hier. Ach du, hier geht's hoch. Da drüben. Wo, wo bist du gerade? Ich komm perfekt hoch. Wo? Ah, da könnte auch sein, sogar mein Weg. Ah, da drüben steht ein Schaf, das kill ich. Ah, gib's mir? Ne. Einen Scheiß geb ich dir. Einen Schaf? Ja, ein Schaf. Das steht mal dort und dann kriegst du es mal wieder. Ja, das ist halt so, wenn man schnell ist. Wenn wir ein Schaf sind. Ah, da drüben steht nochmal eins. Krieg ich das? Ne. Mann, du bist heute... Du hast schon zwei Wolle. Das tut aber drei. Dann kann ich mir ein Bett kraften. Ja, aber trotzdem, es bringt ja nicht viel. Doch, da hab ich ein Bett. Ja, aber was bringt dir das? Ich brauch doch auch eins. Also, die hat auch noch eins kraften. Weil so lang bringt dir dein Bett nichts. Ja, so lang bringt mir mein Bett nichts. Aber ich hab eins. Pass mal auf, ich guck, ob hier unten nochmal ein Schaf am Rennen. Da hab ich vier Wolle, dann kann ich dir eine schenzen. Oh ja. Du bist ein Schaf. Ich seh bloß ein Huhn und eine Kuh. Ach, das ist deine. Das ist deine Dorfkuh. Oh! Puff! Oder hab ich gestorben? Echt? Jetzt ging es Holz. Ah, gut, du hast das Haus schon ausgeräumt. Ne, du hast nicht ausgeräumt. Doch. Ne, du hast die Fackel hängen lassen. Oh, es wird zu Nacht. Jetzt ist es halt meine. Ich guck mal, ob ich hier unten noch ein Sch... Ah, du hast dein Zuckerrohr liegen lassen. Oh nein. Kannst du bitte mitnehmen? Äh... Ja, mach ich. Also gehört es nicht dir. Nee, ich will doch deinen Scheiß, verdammtes Zuckerrohr nicht. Mein Schafster hab ich auch... Äh, nee, hab ich auch stehen lassen. Soll ich das auch mitbringen? Ja. Ah, nee. Zäune hab ich nämlich noch selber. Ha, ich glaub, nehme ich die von der Kirche, die Fackeln. Hihi. Warum? Die brauchen wir doch nicht. Drei Fackeln sind doch eh ein bisschen zu viel. Vier Fackeln. Jetzt ist halt Kuhnacht hier drin. Hat sie noch mal eine? Das ist aber ziemlich sparsam. Vier Fackeln im ganzen Ding. Geil, man kommt da über die Kirche auf den anderen Berg. Da oben läuft ein Sarf! Geil, dann hol's dir. Aber genau bei mir zu Hause. Hol's dir runter. Ach so, immer noch ein Jugendfreier Kanal. Warte. Weil ich will's nicht haben. Ich brauch dein scheiß Schaf nicht mehr. Ich hab meine... Wir laufen genau so einen Kron da hoch. Jetzt wahrscheinlich siehst du's gleich. Wo ist es? Wo? Wo ist es? Soll ich's mit Lava killen? Nein. Da brennt's an. Da ist es doch. Ich hab's nicht gesehen. Alter, wie weit ist es schon gelaufen? Das heißt Arder. Ach so, pack mal auf. Äh, Safi? Du musst leider sterben. Ja, hab jetzt drei Wolle. Ich bin gerade bei Zuckerrohr Farmer zu werden. Schreiben wir morgen die Rallye Arbeit. Was? Oh. Wir schreiben morgen Rallye Arbeit? Fuck. Wirklich? Schreiben wir morgen Rallye? Felix hat mir gerade geschrieben. Wirklich? Ob wir morgen schreiben. Äh, weiß doch ich nicht. Schreibzucht. Weiß ich nicht. Äh. Stimmt. Schreiben. Die schreiben wir doch. Ja. Schreiben wir die nächste Woche. Schreiben wir die nicht nächste Woche? Er hat doch letzte Woche gesagt. Nächste Woche. Oder? Nein. Nee, wir haben die. Schreiben doch die nicht. Der, der, der kann doch, der kann uns doch keine Woche, ähm, aufgeben. Ich glaube, die schreiben wir nächste Woche erst. Vielleicht. Hoffentlich. Egal. Ich weiß ja sowieso über, über das ganze Zeug. Du bist mal wieder unvorbereitet. Ich nicht. Ach, scheiße von den Keller runter gefallen. Oh, nee. Mann. Weck den Arsch. Jetzt muss ich wieder mit Scheißlade gehen. Mit Scheißlade. Das war grad. Mit dem Arm gegen eine Bettkante gestoßen. Komm, jetzt kraften wir uns beide ein Bett und dann pennen wir. Was für eine Penne. Hast grad so ein Krafting-Table, ja. Waja. Kraftet dir dein... Ein... Bett? Pass mal auf, zuerst muss ich noch mein Loch im Boden. Ich kann auch theoretisch ein grünes Bett machen. Ja. Ich könnte mir theoretisch ein rotes Bett machen. So, ich hab jetzt ein grünes Bett. So, ich hab jetzt ein rotes 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 Bett. Wie? Es wird schon mal. Aber... Ich hab grad genau 10 Minuten, wo ich ins Bett gegangen bin. Gut du Penner, dann Penn. Ich glaub das Bett... Nee, das Bett muss... Ich hab ein Fengrün. Haha. Und ich hab ein rotes Bett. Und jetzt? Besser gings nicht. So, ich richte mir jetzt Geld mal... Ich bin echt gespannt wie's nachher wird. Wie nachher? SLS fahren. Das Auto ist weiß, Kevin. Das Auto ist weiß, Kevin. Das Auto ist weg. Also nicht dreckig machen. Jetzt muss ich wegen einem Stein noch machen. Aber das sah voll geil aus. In den Alpen, wo es eh schon weiß ist, fährt ein weißer Mercedes rum. Das ist halt so. Die sind jetzt zu den Alpen und dann auf dem Bodensee. Auf dem Bodensee? Auf dem Bodensee im Auto. Jetzt gibt es ja Amphibienfahrzeuge. Ja, aber das macht Mercedes leider nicht. Ja leider machen die das noch. Noch nicht. Wird auch noch irgendwann kommen. So, so groß wird meins. Das wird wieder mein Villagerhaus artig. Ah ja. Ich habe das Villagerhaus, wo... Stand habe ich ja abgerissen. Hey, du machst ja gleich große meins. Oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4... Nein. Kommt nicht anders. Aber dein ist halt so schmal. Ja, mein so schmal, aber hat noch einen großen Keller drunter. Wirklich? Ja. Zeig. Wo geht es runter? Hier angeht es rein. Ich könnte theoretisch hier rüber... Ach geil, wir können... Ach, durch das Haus! Was? Durchs Haus? Durch das Haus kommt man hoch. Wie durchs Haus kommt man hoch? Weil dort ein Zaun fehlt. Wo? Nee, nee. Da kommt ein Zaun. Da wird man sogar unterkommen. Ja, theoretisch. Oder muss ich... Ach, hier geht es durch den Keller? Doch. Doch, pass mal auf, ich baue den Weg so um. Was für großer Keller das von hier. Machst du gerne durchs Haus? Gut, Kevin. Jetzt kommt man durchs Haus hoch. Jetzt kommt man durchs Haus hoch. So. Das ist... Perfekt, das fehlt mir noch. Und hier unten hast du deine Zuckerrohrform im Wasser. Oh ja. Guck, hab ich dir da hingebaut. Ins Haus! Weil ja, ich hab das Haus aufgefüllt mit Wasser als Swimmingpool. Da drin ist bis vorher noch ein Villager gestanden. Der ist dann leider, leider Gottes glaube ich, abgeschmiert. Hanna, ich guck mal, wann die handeln. Immer. Da drüben läuft ein Schaf. Ah, ich seh's. Aber wir brauchen keinen. Ich hol's mir. Wir hol's. Runter. Ich hol's mir hoch. Echt so? Echt so? Echt so? Echt so? Echt so? Ja, dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Echt so? Trotzdem. Nicht jugendfrei. Echt so? Echt so? Ein hochholen, hä? Trotzdem. Ich hol mal einen hoch. Guck mal hier. Ich hab meinen Keller beleuchtet ohne Fackel. Weisch wie? Wie? Hier ist vom Weg. Ach so. Ich hab direkt bis unter dem Weg gegraben und jetzt hab ich hell. So, jetzt wird angebaut. Jetzt grab ich diese Steine unterm Arsch weg. Nein. Doch. Unterm... Nein. Nee. Ich grab sie hier drüben weg. Hier machen wir den Steinbruch hin. Kann Steine holen. So viel du willst. Lohnt sich. Ey guck hier. Das ist direkt hinterm Haus am Weg. Mhm. Da kannst Steine holen. Was? Hinter meinem Haus. Hinter meinem Haus. Vor deinem Haus im Prinzip. Da wo mein Haus steht. Da... Guck hier. Aber wenn irgendwas wäre und ich bin zur Fall hochzulaufen, tue ich einfach mich teleportieren. Aber ich teleportier schon zu mir. Ich weiß nicht. Reichen 13 Schweine? Genau zwei Steine zu lehnen. Ich hab die. Hey guck mal. Wir könnten hier theoretisch unseren Weg untergraben. Vom Steinbruch an. Mach ich grad. Ich tue grad bei mir fallen. Oh Gott. Was? Bist grad fast runtergefahren. Du Ernst. Sag mir nicht da ist ne Höhle unter Wasser. Da ist ne Höhle unter Wasser. Sag mir nicht da ist ne Höhle unter Wasser. Das ist ne Höhle unter Wasser. Aber das kann sogar ne richtig gute Höhle sein. Ne das ist ne kleine wenn du dort bist wo ich mein. Dort hinten. Wo ich das Zuckerrohr gefunden hab. Ach dort. Dort weiß ich nicht. Hab ich grad nämlich gefunden. Unter Wasser. Keil. Magico. Wir finden jetzt unser Wassersohn. Unser Wasser Tempel. Wirklich? Gibt es das? Mhm. In der normalen Welt? Ja. Und was gibt es da drin? Alles. Wie alles? Ja diesen. Den haben wir doch schon mal gemacht. Was nicht? Mit diesen Dingern wollte ich so anvisieren. Äh das war netter. Nein. Doch. Ich hab jetzt nicht was ich mein. Nein. Ne ich hab hier nicht grad. Dir das so geister quasi. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Will ich nicht. Hab ich nicht. Okay das bringt jetzt voll den Anbau hier. Das ist ein Block breit. Egal lass mal so. Jetzt ist nicht mehr so schmal mein Haus. Jetzt habe ich 52. Warum bau mal dein Haus weiter? Hä? Ja ich musste doch Holz holen für mein Haus. So weit weg musst du zum Holz holen? Ja ich brauch's richtiger Holz. Ich muss halt einfach mit anderem Haus weiterbauen. Oh. Wo hab ich da runter gefallen wäre ich eh gewesen. Also ich hol mir jetzt alle Kaktusse. Aber hier tun keine will jetzt so einander handeln. Hab ich auch. Wie geil das aussieht. Ich hab Zuckerrohr. Das ist meins. Oh Mann. Also ich hab Bock. Aber das ist meiner. Wieso können wir nicht so zusammen? Also oder dass ich die Zuckerrohrfarbe übernehme du Tiere. Aber Schafe übernehme ich ganz sicher. Nein. Schafe sind Schaass. Krieg ich bitte das Zuckerrohr. Ich kann's ja mal vorbeibringen. Wir haben drei zusammen die Stelle. Und den Nachbarn. Kann man das ja mal machen. No. Schalte den Scheißregen aus. Der zuerst schieß. Ja. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Der Regen wird immer ausgemacht. Schalte das ist kein... Junge Scheiße. Mich hat ein Blitz eingesperrt. Alles ob. Aber ich hab Wassereimer dabei. Elamereimer. Wie viel Zuckerrohr. Ich bring's mal mit. Das... Das reicht uns dann. Aber das können wir in unserer Pool nicht mehr rum machen. Nee. Da müssen wir dann gar nicht. Junge. Mich schlägt halt ein Blitz ein. Das hatte ich noch nie. Denn hier kann ein Blitz einschlagen. Denk ich grad so. Was passiert jetzt mit? Ich baue Kaktusse an. Jetzt hab ich bestimmt gleich genug Holz. Ich hatte grad 49 Holzstämme. Ich baue Kaktusse an hinterm Haus. What? Was soll das grad? Was war was? Das hatte... ...gemacht. Habe ich nicht gehört. Also ich habe jetzt... Ach du, mein Event ist voll. Guck mal. Kevin. Du bist ein richtiger Kevin. Oh geil. Ich hab ein Dorf gefunden. Zeig mir mal Kevin zum Kevin. Warum? Hast du wieder ein neues Dorf gefunden? Oh nee. Hä? So kotze ich grad die ganze Zeit Sachen aus. Was werde ich mir da verlöschen? Aber ich kotze grad immer wieder aus. Der Evita ist halt immer noch so. Ach so, immer wenn ich es aufsammeln mich kotze mich wieder an. Dazu gibt's Villager. Dazu gibt's Villager. Dass die mir wieder meine scheiß Felder bestellen könnten. Ich aber... Sofort du kriegst hier oben ein. Oh warte mal. Was? Wir können doch hier oben Villager hin tun. Die dann unsere Felder machen. Die bauen einfach hier oben Feld. Geh doch ganz einfach mit ner Hacke. Und Wasser. Und Wasser. Und Wasser haben wir. Dann können wir gleich Zuckerraum mit aufstellen. Und ich hab doch schon Garten. Und im Garten können wir's ausstellen, von mir aus. Denk ich so. Scheiße, hab ich Wassereimer dabei, als der Blitze mich eingeschlagen hat. Oh nee. Ich hab nur Lava-Eimer dabei. Lava kann ja auch was bringen. Was bringt mir Lava, wenn ich brenne? Und noch 7%. Äh. Stimmt, tauschen können wir nicht. Also, lass uns jetzt einfach mal bei ner 19 Minuten Folge stehen. Und dann würde ich sagen, tschau. 저도 auch was bei den umgelegenheit. Wie go.